Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Ja, die einfachen Sachen sind dann oft immer wieder die besten. Und deswegen hat André sich heute mal wieder Gedanken gemacht, dass es wieder schön einfach, aber lecker wird. Und zwar gibt es heute Tafelspitz vom Spieß. Was das bedeutet, schaut es euch an. Viel Spaß! Für unser Tafelspitz vom Drehspieß benötigen wir die folgenden Zutaten. Und zwar habe ich hier ein kleines Stückchen Rindfleisch. Das sogenannte Tafelspitz. Das werden wir noch mit Öl einreiben und dann mit unseren zwei Gewürzen mischen. Und zwar einmal das magische Rind und einmal Pimp-Up-Steak. Damit werden wir das Fleisch würzen. Und dann machen wir noch so ein paar geschmorte Zwiebeln dazu. Und da benötigen wir Zwiebeln in Ringe geschnitten. Dann habe ich hier ein bisschen bunten Pfeffer, ein Bier und Butter. Und wie der Name schon sagt vom Drehspieß, auch noch ein Drehspieß. So, mit unseren Tafelspitz fangen wir an. Und zwar erst einmal uns eine Gewürzmischung herzustellen. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir wollen magisches Rind und Pimp-Up-Steak mischen. Ich sage mal so, guten Esslöffel von jeder Sorte. Erst einmal in ein kleines Schälchen tun. Huch, gekleckert. Oh Gott, wenn das der Marco sieht. So, und dann die ganze Sache einmal kurz vermengen. Wenn dies dann geschehen ist, hatten wir ja unser Öl. Damit unsere Gewürze auch besser halten am Fleisch. Einfach mal das Fleisch mit dem Öl begießen. Und dann von allen Seiten ordentlich einreiben. Wie gesagt, da haften ja unsere Gewürze dann besser dran. So, und wenn dann dies geschehen ist, kommen unsere Gewürze zum Einsatz. Und zwar brauchen wir hier nicht sparen. Einfach schön drüber geben von allen Seiten. Und dann werden wir mal unser Tafelspitz ein, zwei Stündchen ruhen lassen. So können die Gewürze ein kleines bisschen einziehen. Und dann sind die Vorbereitungen eigentlich schon abgeschlossen. Wir können runter an den Grill gehen. So, die Zeit ist um. Wie ihr seht, ich habe den Spieß schon mal vorbereitet. Und jetzt werden wir unser kleines Stückchen Fleisch da drauf spießen. Und das geht natürlich butterzart hier durch. Mal gucken, dass wir auch ungefähr mittig rauskommen hier. Jawohl. Hier hinten schön. Seht ihr überhaupt was? Ja, ihr seht was. Auf die Spießer. Mit drauf. Hier drüben auch nochmal. Ich lehre ein Stück zurück. So. Und hier drauf. Und hier drauf. Und dann fehlt bloß noch das Gegenstück. Na komm. So. Das werden wir natürlich auch noch. Mal strecken nochmal um eine halbe Umdrehung. So. Noch festmachen. Und dann ist unser kleiner Tafelspitz schon auf den Spieß. Und im gleichen Atemzug hatten wir euch ja mal vor einiger Zeit das Thermometer von Inkbird vorgestellt. Das ist ja kabellos. Und das wollten wir sowieso mal testen auf dem Drehspieß. Deswegen stecken wir das hier gleich noch mit rein. Kerntemperatur und so weiter. Und Temperaturerzeige ist jetzt alles am Grill. So. Wir sind am Grill angekommen. Wie ihr seht machen wir das auf dem Gasgrill. Ich habe jetzt unseren Tafelspitz genau vor den Heckbrenner ausgerichtet. Unten drunter habe ich noch eine Konsensform. Ja. Und diesmal ohne Alufolie. Weil wir haben ja noch unsere Zwiebelchen. Die kommen dann auch noch kurz vor Schluss mit dran. Oder beziehungsweise dort mit in die Schale rein. Aber das seht ihr dann später. Und dann können wir eigentlich die Reise starten von unserem Tafelspitz. Natürlich auf die Drehrichtung drauf achten. So dass er wirklich in eure Richtung auf euch zu dreht sich. Weil ihr wisst ja die ganze Flüssigkeit wie die austritt und so weiter. Läuft dann hier hinten am Fleisch nochmal mit lang. Und so trocknet das Fleisch raus. Würde das andersrum drehen. Würde die einfach in unsere Schaldioten rein tropfen. Und dann wäre es schon weg. So. Ich würde sagen. Ach halt stopp. Temperatur wollte ich euch schon sagen. Kerntemperatur wollen wir 52, 53 Grad erreichen. Das muss langen. Und ich würde sagen jetzt ist genug gequatscht. Auf geht's. Ach und noch eins schnell vergessen. Wir haben nur den Heckbrenner an. Unten drunter ist nichts an. Also nur über den Heckbrenner kommt diesmal die Hitze her. Alles klar jetzt aber. Weiter machen. So. Unser Stückchen Fleisch hat jetzt 40 Grad. Und wie gesagt. Wir hatten ja noch ein paar Zutaten übrig. Und zwar ein bisschen Butter. Die kommt jetzt hier unten mit rein. Und noch ein kleines Stückchen Butter. Und wir könnten ja eigentlich noch ein kleines Stückchen Butter rein. So. Die lassen wir jetzt erstmal ganz kurz schmelzen. So. Die Butter ist leicht geschmolzen. Ich ziehe es mal ein Stückchen vor. Und da kommen jetzt unsere Zwiebelchen mit hinein. So. 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 Sowie auch ein paar Pfefferkörnchen. Schaut ihr hier den bunten Pfeffer. Einfach mal ein paar Körnchen rein hier. Geschmack hat mir niemanden geschadet und dann werden wir die ganze Sache mit ca. 1 halben Flasche Bier abgießen, dann schieben wir das schön wieder hier drunter und dann lassen wir jetzt schön die Zwiebeln in den Biersud schmoren. Ihr seht es, das Thermometer zeigt 53 Grad an. Wir haben unser Ziel erreicht. Fazit zum Thermometer hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ich muss mir dann gleich mal die Daten hier noch auslesen, aber das hat eigentlich geklappt. Ich gucke mal kurz auf die Zeit. Dreiviertelstündchen haben wir jetzt dafür gebraucht und da wollen wir doch mal jetzt nachschauen. So und jetzt seht ihr auch mal das Ergebnis im Garraum. Unser Fleisch sieht richtig geil aus. Einmal haben wir zu spät drauf getan und zwar sind das die Zwiebeln. Die schmoren so ganz langsam vor sich hin. Die brauchen noch ein kleines Brüsschen, aber das macht nichts. Ich werde jetzt, bzw ich habe schon mal gekostet. Absolut richtig geil, aber ihr seid gleich nochmal beim Mittelschnitt hier mit dabei und weiter Tronchen runterschneiden. Also wie gesagt, das Fleisch nehme ich runter. Zwiebeln gebe ich noch mal unten mit der Power und da sind die dann auch gleich fertig. So, Fleisch habe ich runter geholt. Wie gesagt, ich werde hier mal in der Mitte durchschneiden. Und das sieht doch richtig schön aus. Hätte vielleicht, aber das sind unsere 53 Grad. Ein kleines bisschen könnte es vielleicht noch, aber nö, ich lasse es so. Ich werde hier mal ein paar Tronschen runter schneiden. Wie gesagt, das ist jetzt hier, das ist 53 Grad. Wer es natürlich mehr haben will, kann es natürlich mehr machen. Also ich kann nicht sagen, das Fleisch ist eine Wolke. Die Gewürzkruste hier ringsherum, absolut genial. Ich dachte erst, ich schneide ein paar Tronschen runter und gebe nochmal von unserem Gewürz was drüber, aber das braucht ihr überhaupt nicht. Das ist wirklich absolut ein Träumchen. So, also die Gewürze haben sich wirklich komplett voll entfaltet. Geil. Also, ich hole jetzt noch schnell die Zwiebeln und die verkostet mir dann auch noch kurz mit. So, wie gesagt, ich habe jetzt mal ein paar Zwiebeln auch noch mit runter geholt. Und hier merkt man sofort den Biergeschmack. Ich werde jetzt mal das in Kombination essen. Das ist ja mal richtig geil. Richtig eine geile Kombination. Passt bloß auf mit den, ich merke es auch gerade bei den Zwiebeln, die haben auch schön Bums. Durch die Pfefferkörner bekommen. Aber, und auch, wie gesagt, das in 53 Grad ist ganz normal bei Rindfleisch. Und wer es eben länger braucht, der macht 56 Grad. Aber mehr würde ich dann nicht machen. Aber das ist, wie gesagt, eure Entscheidung. Jedenfalls ist das mit dieser geilen Sache hier auf dem Drehspieß mit unseren Gewürzen und so weiter wieder eine richtig geile Sache. Zum Nachmachen zu 100% empfohlen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einfach hier einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab und so verpasst ihr überhaupt nicht mehr von den Sachsengriller. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Mich und ich Marco. Bis bald. Ciao, ciao.